Wo wohnen wir? Wo kaufen wir ein? Und wo erholen wir uns? Fragen, auf die die heimischen Ziviltechniker Antworten haben. Stichwort Raumplanung. Eine wesentliche Sparte der Berufsgruppe. Raumplanung befasst sich mit der Entwicklung eines Gebietes, egal welcher Größe, ob Region, Land. Man entwickelt unseren Lebensraum, siedelt Industriegebiete eher am Rand einer Gemeinde an, ebenso wie größere Einkaufszentren. Achtet gleichzeitig aber darauf, historische Stadtkerne zu erhalten und Wohnsiedlungen nicht in Hochwassergebieten zu bauen. Ein strategisches Ziel einer Gemeinde kann sein, sie möchte ihre Wirtschaftskraft oder ihre Wirtschaftsbonität stärken. Eine andere Gemeinde sagt, sie möchte vorrangig die Wohnqualität, forcieren. Maßnahmen der Ziviltechniker, die einen Nutzen für uns alle haben. Immerhin geht es um unseren unmittelbaren Lebensraum. Viele verschiedene Interessen müssen vereint werden. Das ist die faszinierende Facette eigentlich der Raumplanung, dass sie sowohl ökologische Aspekte als auch wirtschaftliche, als auch soziale Aspekte versucht, in einem Optimierungsprozess um deinen Hut zu bringen. Auch was die Zukunft betrifft, immer wieder kommen neue Herausforderungen auf die Raumplaner zu. Beispielsweise, wenn es um den Einsatz von erneuerbarer Energie geht.